schwarzer Arsch oder gebratener Arsch was auch immer sitzen Kanal schauen Kokonien und dann Hausaufgaben machen ja Nacht zum Vierhausaufgaben machen Moment, was macht die da? Beste Freunde werden ja 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 ich schieße ich verstehe ich die ganze Zeit ich schieße und sind jetzt beste Freunde ohne irgendwas hier steht jetzt nur gute Freunde da beste Freunde werden oh wie schön so warte was stand er jetzt Michael Leitling und Luisa van Gogh werden beste Freunde genau so wollte ich das ja auch die ganze Zeit na komm schon bleidigen wie viel das denn höre mal auf mit Fernsehen gucken ich spreche lieber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ich muss los danke dass du die Zeit genommen hast Videospiel fertig gibt einen Namen für dieses neue Videospiel ein es ist ja keine Handy App so jetzt irgendein Videospiel was bekannt ist und was man halt ja den Namen verändern könnte ups um was 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 gibt es denn da ich will jetzt auch nicht so lange darum umsitzen für so einen Namen wie wärs wenn er seine eigene Spielserie macht ja das wär geil ähm ähm eine eigene Spielereihe um um die erste mit ne ich mach einfach mal sowas ähm cheap girl ist ja nur ein Videospiel ne so so ein Indie Spiel wieso auch nicht wieso auch nicht ähm so warte was war das hier ich muss los danke dass du die Zeit genommen hast warte Zeit genommen ich hab dich mit nur auf der Straße nachts um zwei auch angesprochen dass du und du sollst das unbedingt reinkommen ich hab mir nicht die Zeit genommen du ich hab dich dazu gezwungen das wolltest du sagen so äh lies bitte einmal hier warte was ein Hauch Limette für ganz ganz fette ähm ach du bist fertig gut dann gehst du eben kurz auf den Pott ist dir was ein Gericht nehmen setzt dich da hin Kanal schauen warte warte ähm Kanal schauen Action Kanal aufräumen und wenn du danach noch Zeit hast möchte ich dass du deine freiberufliche Arbeit fortsetzt t h h h H Rednern Rienkau die die Stiftung Kölner an und ein Hausaufgaben fertig dann stellst du dich jetzt dahin Köln Du liest da dein komisches Buch über Mixen, äh, über was Mixen So langsam ist echt langweilig Mein bester Freund, ein gewisses Gespräch Dekoriert, köstliche Kost, doch der geht's gut Was machst du noch hier? Danke für den Black Screen Sie hat frei Ja Was ist passiert? Ist schon wieder ein Black Screen, ey, was ist denn da los? Äh, säubern Verbessern Automatischer Seifenspender, Michelle muss folgendes verwenden Drei gewordenen Teil für Sanitäranlagen Äh, äh, eine tolle Methode, damit die Wanne nicht so schnell kaputt geht Okay Nein, möchte ich jetzt nicht Wo kriege ich denn Dings her, ähm Warte, was wollte ich denn jetzt machen? Säubern, genau So und danach Danach dann bitte Damit du deinen komischen Schlafrottmuster wieder reinkriegst Gehst du jetzt Schlafen Weilbaum Sehr gut, du Trottel Apparieren Gib Kommi Selbstbestimmtheit zählt Alex hat soeben die Ergebnisse ihrer SDT-Tests Erfolgsbewertungstests bekommen Ihre Punktzahl ist nicht so hoch, wie sie gehofft hatte Soll sie sich für eine, für eine Wiederholung des Tests melden oder einfach mit ihrem Ergebnis Leistungsverschlechterung mittelgroß Alex muss eine Menge Hausaufgaben machen und ist daher viel zu erschöpft Um für den Test zu lernen, sie hat Schwierigkeiten sich zu konzentrieren und die Punkte zu listern Diesen Versuch sogar noch niedriger Angespannt Na super So Warte, was? 28 Minuten bis zur Arbeit? Ähm Urlaubstag nehmen Aber wie so hab ich dir nicht schlafen geschickt? Wie sieht das denn nicht? Wie sieht das denn nicht? Warte, wann hat er denn normalerweise? Ja, gut Ah 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 gut fleißig werden mir egal schlecht ist es die ergebnis hier ältens jeden Bericht sehr gut die du musst wann los 6 ich ist schluss diese Pistole jetzt machen kannst du mir das mal erklären weißt du was ich glaube ich mache es mal die Aufnahme Pause obwohl sieben Minuten noch hätten wir das auch öffnen aber danach bin ich auch durch wenn du dir das genommen hast kannst du dich ja da hinsetzen und Kochkanal Kochkanal ist das immer wieder falsch und danach gehst du dann noch auf den Bot auf den Bot nachdenklich duschen so und du gehst jetzt direkt aufs Klo holst dir was zu essen raus komm nach Hause k k k k k k k so ist die Gruppe da ist hallo Kochkanal setzt sich Braucht Videospiele, weil ich will. Alles klar. Normalerweise machst du Hausaufgaben. Spiel? Spiel? Nein? Dein Spaß ist voll. Also brauchst du das nicht. Buch verwerfen, Buch weiterschreiben, Regiebuch schreiben. Weiterschreiben. Die menschlichen Bedürfnisse. Was ist das denn? Angespannt braucht Videospiele. Wenn du mit dem Zocken willst, dann bitte. Nice, let's go. Boah, was ist das denn? Halt, stopp. Keine Plünder. Iiiiih. Ach ja, stimmt. Der den Rechner repariert. Halt die Klappe. Äh, mach was ich dir sage. Oh, okay. Ach so, ähm. Ach so, ähm. Die, ich stehe mit einem halben Fuß in der Wand. Auch gut. Warte, was ist das? Was ist das denn für ein Ding? Ist das ein USB-Stick oder was? Ach, keine Ahnung. Warte, wann musst du los? Gar nicht. Du hast vier Tage frei. Oder drei halt. Wo ist das Buch? Ähm. Mädchen? Wo ist das Buch? Fürst. Fürs Mixen. Da. Ich will aufzugucken. Ich will aufzugucken. Ah. Wie weit ist ihr denn jetzt mit dem Mixen? Wie weit ist ihr denn jetzt mit dem Mixen? Okay, bald Level 5. mein Rücken tut schon weh so ich glaube ich beende jetzt hier die Aufnahme ich hab mich das jetzt gemacht ich speichere Oho Gottes Willen Hilfe so dann ja verlasse ich das Haus so in dieser Ansicht weil ich finde das schön beende das Spiel und sage bis zum nächsten Mal bei den Sims 4 ja da bin ich wieder ich überlege gerade hat der beim letzten Mal gespeichert? ja ne haben wir hier aufgehört? ich weiß es gar nicht mehr auch wenn es erst gestern war ich weiß es nicht genau so naja egal ich würde sagen wir machen einfach weiter ich mag das ich mag das Hausaufgaben fertig ich schrauben Mädchen solltest du mitnehmen so was machst du schönes? k du liest das beste da haben sie er hat ja ja k nun erst ist die Krone Kann ich das hier nicht? Doch, kann ich. Hä? Muss ich das verstehen? Moment. Ja, genau. Das war klar, dass du schon wieder zu viel Sucht hast. Das geht ja so nicht. Putzen mit Elan, Energie, Laden, Sims können viel schneller putzen. Ja, welches ist denn dann jetzt? Ach so, schnell duschen, ich hab gelesen, schnell putzen. Ähm, man, man, man. Und danach sollte ich dir mal was essen. Essen, 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 sch... Oh, den letzten Arsch, äh, überharsch? Naja, ich weiß nicht. Andererseits... Und warum nicht? Ach nee, du setzt dich hier dahin. Kannst du ein bisschen quatschen. Und du schreibst ein Buch. Ja, geht das auch genauer? Lumba. Schreiben. Schreiben. Ähm. Oder... Buch schreiben. Was denn für ein Buch? Ich glaub, wir hatten diesmal ein Sachbuch, ne? Genau. Ich glaub, das war so. So, und du? Warte, muss nicht irgendwer noch los? Drei Tage bis zu... Schön. Drei Tage bis zur Arbeit. Nicht. 14 Stunden. Jawohl. 12 Stunden. Tum sich ziemlich müde. Moment. Geh doch schlafen, Mädchen. Gut noch. So. Michelle. Was können wir dir denn gut tun? Eigentlich gar nichts, ne? Du hast ja nichts. Du hast ja nichts. Ja, du hast ja nichts. Du hast ja nichts. Ich hab aber warm. Hat nur sein letztes Hemd. Kann man auch rausgucken? Ja. Oh, Jim Whipsy. Oh, nee. Andererseits. Ist auch mal ganz schön. Wenn man... Oh Gott. Nein. Das geht ja so. Kann man... Man kann spannen. Das ist irgendwie... Naja. Ich mag... Ich mag diese an... Ui. So ist veranlasch. Alter. Okay, manchmal ist diese Ansicht nicht komisch. Okay, gut, das geht so nicht. So. Du, nee, 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 was haben wir denn hier noch was du fortführen könntest? Programmieren, äh, ja. Und Jemann. Ja, ist gut, halt dich klar. Okay. Wie kriegst du jetzt noch ein Level-Ein? Level-Ein? Level-Ein. Mixen. Beben-Ein. Malerei. Ja, kochen. Lies doch bitte kochen Gott, das brauchst du jetzt mehr, weil Level 8 wäre auch ganz schön Ich kam und kochte Schon mal drei? Okay Ihr musst ja so richtig sein Wieso habe ich davon zwei? Wieso zum Teufel? Nee Danke für die gute Arbeit, ich hoffe Oh Oh Okay Bestellung, Witze schreiben Karriere, was? Ja, nee, Haushalt Haushalt umziehen, das? Nein Adoptieren? Für 1.700 Millionen, das kostet Geld? Das finde ich irgendwie, ist das nicht Rassismus? Ich halte mich da raus, aber Ich meine ja nur Programmieren Virus, Bio-Spielprogrammieren Haben wir ja auch schon Spielmodifizieren, Plug-in, Programmieren Handy-App-Programmieren Hacken Ja, ist immer das gleiche, ne? Ich glaube diesmal machen wir wieder eine Handy-App Weil das gibt auch schöne Tatien Ah, Blush-Begor, ja Weil dieses Geld ist dann sicher Also Bei der freiberuflichen Arbeit Da verdienst dir einmal richtig viel Und Bei dem kriegst du halt Tantien Und das ist auch ganz gut Ist meine Meinung Oh, nee, nee, nee Warte, warte Was? 11 Stunden bis zur Arbeit Da muss ich den gleich Noch schlafen lassen Und duschen Weil sonst überlebt er das nicht Ja, was heißt überleben? Ne, aber Ihr wisst, was ich meine Äh, einschalten? Nein Mann Ich mach das gerade mal ein bisschen leiser, weil Die Alex schläft ja schon Huh Hey Hey Hey, Moment mal Moment mal Das Ding steht da so Kann das nicht auch So da stehen Warte Moment Moment Ich hab's So So ist das irgendwie besser Gute, gut erledigte Arbeit. Ist das nicht gute Arbeit erledigt? Komm, jetzt kriegt das Level noch. Bitte nachts und vier, okay, gut, aber auch nur weil sie ein bisschen sozial braucht. Die steht schon vor der Tür. Natürlich steht die schon vor der Tür. Was auch, ups, was auch sonst. Bitten zu gehen, her rein bitten. Ich rede hin. Tschau, hör auf. Tschau, hör auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017